Das Lippenaufspritzen oder das Lippenunterspritzen oder die Lippenaufspritzung kann mit verschiedenen Techniken erfolgen. Hier fangen wir mal mit der Oberlippe an und man sieht wie groß die Oberlippe im Vergleich zur Unterlippe ist. Und jetzt muss man natürlich durch eine andere Technik die Unterlippe aufbauen. Man sieht hier, dass es nicht blutet, also beinahe blutarm ist und das Ergebnis ist hier faszinierend.